Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal und ich werde ja oft gefragt Mike, was sind denn eigentlich interessante NFTs und ich habe ja ein ganzes Mentoring dazu. Ich habe eine Mentoring-Gruppe, die ich begleite für den Bereich NFTs, für den Bereich DeFi und Kryptowährungen, die meistens auch mit NFTs zu tun haben und die kriegen natürlich über eine Telegram-Gruppe immer von mir alles mit, was ich gerade gekauft habe und wir tauschen uns natürlich auch immer in der Telegram-Gruppe aus miteinander, was gerade interessant ist. Ich möchte dir heute ein paar grundsätzliche Sachen mit auf den Weg geben. Du weißt, ich habe auch für absolute Anfänger einen Mitgliederbereich, der heißt Mike's Money Member, ist sehr, sehr günstig, da ist ein NFT-Grundkurs drin, der bringt dich von Null zu deinem ersten NFT, kannst du dort alles lernen. Der Link für diesen Kurs ist hier unter dem Video und wenn du dich für das Money-Mentoring interessierst und tief in NFTs einsteigen möchtest, dann lass uns gerne telefonieren. Der Link ist auch hier drunter. Ja, die Schätze im Kunstbereich sind in der Regel bei der Firma, in Anführungszeichen, Artblocks.io und ich werde dir die hier direkt mal zeigen. Da können wir hier mal drauf gehen. So sieht die Artblocks-Webseite aus und du hast bei Artblocks drei große Bereiche, Curated Projects, Artist Playground und die Factory. In diesen drei Bereichen kommen immer wieder Projekte raus. Da kam zum Beispiel damals auch ein Projekt raus wie die Ringers. Da kam zum Beispiel auch ein Projekt raus wie Framenti, auch ganz interessant. Und zum Beispiel ein Projekt wie Fidenza. Fidenza war damals so, wenn wir hier mal drauf klicken, sind für 0,1 Ether mintbar gewesen, also kaufbar gewesen, konnte man für 0,1 Ether kaufen. Und wenn wir uns mal so einen Fidenza von Tyler Hobbs anschauen, dann gehen wir hier mal auf Details drauf, dann sehen wir dieses Bild und dann können wir uns dieses Bild hier zum Beispiel auch, das gehört zum Beispiel Vincent Van Doe, sehe ich hier gerade, einer der größten Sammler im NFT-Bereich. Der hat natürlich Fidenzas. Ich habe Fidenzas damals gesehen bei 3 Ether und habe nicht zugeschlagen, weil ich das Geld für etwas anderes gebraucht habe, was auch gut funktioniert hat. Twin Flames waren das in diesem Fall. Und jetzt schauen wir uns mal an, was denn so Fidenzas wert sind. Du konntest die damals für 0,1 Ether minten, also kaufen bei Artblocks. Und jetzt schauen wir, was kostet der Preis low to high, buy now, was kostet der günstigste Fidenza? 154 Ether, also ungefähr 450.000 Euro, fast eine halbe Million. Das ist der günstigste. Und die gehen dann immer höher, immer höher. All die habe ich hier gesehen, gerade die hier zum Beispiel, für den habe ich mich interessiert, habe ich gesehen für 3 bis 6 Ether damals. Konntest du aber hier bei Artblocks, als gedroppt wurde, für 0,1 Ether minten. Ich habe sehr viele Sachen bei Artblocks für 0,1 Ether gemintet. Jetzt kannst du das eigentlich vergessen, weil die Preise höher sind und Artblocks so gefragt ist, dass die innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sind. Aber ich möchte euch mal eben zeigen, Artblocks ist degenerative Art. Die generative, äh, na, nicht degenerative, degenerative Kunst. Generative Art, da steckt ein, ähm, da steckt ein Code dahinter. Der Code wird eingegeben und die Maschine spuckt dann eben solche Kunstwerke aus. Wir können zum Beispiel auch mal noch reinschauen bei die Curated Projects, dass ein weiteres sehr Interessantes sind, zum Beispiel die Ringers von Dimitri Czerniak. Die Ringers waren auch, bin ich damals davor gesessen, als es die Ringers noch gab, bei 3 Ether, habe ich auch nicht zugeschlagen, weil es einfach damals meinen finanziellen Horizont überstiegen hat. Dann kannst du hier mal drauf gehen, können wir hier mal schauen und sehen Ringers Nummer 3. Wir schauen uns mal alle Ringers an, all Ringers, machen wieder Buy Now und Load to High und sehen dann, Ringers kriegst du zum Beispiel nicht mehr unter 110 Ether. Und ich habe damals einiges und die Menschen, die in meinem Mentoring sind, denen habe ich das gesagt, hey, es gibt eine Möglichkeit für 0,1 Ether wirklich geile Sachen zu minten. Viele haben das gemacht und damit auch gutes Geld verdient oder sind gut im Plus in ihren NFT-Depots. Und genau solche Sachen erkläre ich den Menschen in meinem Money Mentoring und ich zeige euch jetzt mal, was ich damals so gemintet habe. Also zum Beispiel habe ich damals gemintet eine Alien Clock. Das ist nicht die Alien Clock, die ich gemintet habe, die habe ich danach für 0,45 gekauft. Wenn wir jetzt mal auf alle Alien Clocks gehen und schauen, Buy Now, Load to High ist die günstigste Alien Clock momentan bei knapp 10 Ether. Für 0,45 habe ich sie gekauft und die andere Alien Clock habe ich gemintet für 0,1 Ether. Und du hast eben hier die zum Beispiel, die Art Blocks curated, die Inspirals, genauso wie die Apparitions. Apparitions habe ich eine für 0,1 gemintet und ganz, ganz viele noch für 0,3 ungefähr. Du kannst hier sehen, 0,35 habe ich die gekauft. Wenn ich jetzt mal bei den Apparitions reingehe und gehe auf alle Apparitions, dann sehe ich zum Beispiel, dass wir da beim günstigsten Preis sind bei 3,5 Ether. Waren aber auch schon um einiges höher, muss man eben dazu sagen. Also momentan sind einige Kurse ganz gut gefallen. Das heißt, man kann vielleicht bei dem einen oder anderen ganz gut zuschlagen. Und wenn ich jetzt nochmal hier auf zurückgehe und euch nochmal mit in mein Depot mit reinnehme, dann seht ihr zum Beispiel auch die Framenti. Framenti habe ich auch damals gemintet für 0,1 Ether. Das ist sogar ein echt seltener Framenti, weil der nur neun Elemente hat und roter Hintergrund. Wenn du jetzt sagst, Color is a Berlin, gibt es nur zwei Stück davon. Wenn ich da jetzt mal schaue, Recently Sold, ob überhaupt einer verkauft wurde. Recently Sold, nee, wurde nicht verkauft. Also Best Offer für 5,54, da kannst du nicht mal einen Preis rausfinden, weil die so selten sind. Da kriegst du hier bei Buy Now, kriegst du nichts angezeigt. Also wirklich extrem selten, wenn ich überhaupt mal auf Framenti draufgehe und schaue, wo die jetzt losgehen. Dann sind wir bei Buy Now, geht der günstigste Framenti los bei neun Ether. Wie gesagt, für 0,1 Ether gemintet. Und jetzt muss man ein bisschen schauen, die absoluten Superstars sind hier die Chromie Squiggles. Da sagst du jetzt vielleicht, naja, die sehen ja nach nichts aus. Aber stell dir das mal vor, du kannst hier auf Start gehen, kannst dann den Hintergrund auf Schwarz zum Beispiel machen und stell dir das mal später, wenn wir alle diese riesigen Rahmen haben werden, diese elektronischen, zwei auf zwei Meter, wo unsere NFTs drin sein werden, stell dir das mal zwei auf zwei Meter im Wohnzimmer vor. Da stehe ich davor und meditiere, weil ich gar nicht lang genug zuschauen kann, wie dieser Chromie Squiggle vor sich hin chromt. Der Chromie Squiggle, das waren die allerersten Artblocks-Projekte. Das war das allererste von dem Gründer von Artblocks, das erste Projekt. Und wenn du so einen Chromie Squiggle findest, jetzt sind auch hier die Preise wieder gefallen. Wir waren mit Chromie Squiggles, wenn wir jetzt hier mal auf Buy Now gehen, waren wir schon bei zwölf Ether. Jetzt sind wir bei neun. Also aus meiner Sicht, keine Anlageberatung, ist alles unter zweistelligem Ether-Bereich für einen Chromie Squiggle ein Schnäppchen, weil ich glaube, dass die irgendwann noch sehr, sehr viel Mehrwert werden. Und da kannst du eben jetzt mal so durchschauen und ich habe dir mal ein paar von meinen Sachen hier zusammengestellt und kannst mal sehen, es gibt durchaus eben noch Artblocks-Projekte, die noch günstig sind. Die Algo-Bots sind nicht günstig. Algo-Bots habe ich damals gekauft, auch gemintet. Einen für 0,1 Ether. Wenn ich mir jetzt anschaue, war so einer, das ist ein Bodywork Jelly, also wie eine Qualle. Wenn ich schaue, wo die sind, von 0,1 Ether auf 6,5, also massiv erhöht. Die Artblock-Sachen sind extrem interessant. Und es gibt eben zum Beispiel noch die Transitions. Die Transitions finde ich super, super schön. Die sind, wie ich finde, noch relativ günstig. Also du kannst hier in die Transitions so reinzoomen, kannst dann zum Beispiel so kippen und dann wabern die so und verändern die Farbe. Stell dir das mal 2 auf 2 Meter groß in deinem Wohnzimmer vor. Das ist einfach ein tolles Kunstwerk. Es gibt inzwischen sogar die Möglichkeit, das mit Spotify zu verbinden und dann bewegt sich das Ganze im Rhythmus zu Sound. Also wenn ich sowas mal irgendwann im Wohnzimmer hängen habe, finde ich total geil. Wenn ich jetzt mal auf All Transitions gehe und schaue, was die momentan kosten, dann sehe ich, dass wir bei, nee, das ist, Moment, müssen wir nochmal Reload machen, weil das stimmt nicht. Wir sind gerade bei 0,24. 0,24 kannst du so eine Transition kaufen. Das hier ist die günstigste. Und ich finde die, ich persönlich liebe die. Die können auch irgendwann mal wertlos werden, weil ich das so schön finde, denen dazu zu schauen. Es gibt hier auch einen, finde ich auch ganz geil. Der bewegt sich nämlich in Wellenform, habe ich gerade gesehen. Ich glaube, dass die irgendwann auch mal noch mehr wert werden. Und wenn es erst in ein paar Jahren ist, aber die sind einfach von der Kunst her zu schön und zu interessant zum Anschauen, als dass die bei dem Preis bleiben, wo die jetzt sind. Also ich habe teilweise auch einige teurer gekauft. Also man könnte jetzt auch sagen, ich bin mit einigen von denen im Minus. Also grundsätzlich immer wieder mal die Artblocks-Projekte auf dem Schirm zu haben und da durchzuschauen, was es so gibt. Auch die Synapses sind super interessant, die Glitch-Crystal-Monsters. Da gibt es sehr, sehr viele Projekte. Auch die Inspirals zum Beispiel finde ich auch extrem cool. Die kannst du hier zum Beispiel laufen lassen. Stell dir das mal vor, da stehe ich da vor und sage, oh Gott, oh Gott. Also Artblocks immer wieder mal auf dem Schirm zu haben und reinzuschauen, ist extrem interessant. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Trick für dich, den erfahren, sowas erfahren normalerweise nur die Menschen in meinem Mentoring, aber als kleine Draufgabe kriegst du das von mir drauf. Du kannst dich beteiligen und zwar über Fractional.art. Da ist Artblocks curated hier drin und du hast hier ein Full-Set, also aus diesem Artblocks kuratiert. Erste Season sozusagen, ein volles Set. Du kannst hier reinschauen, du kannst hier unten bei Artblocks immer runter, bei Fractional runterscrollen, kannst auf View und OpenSea gehen und kannst dann hier reinschauen und kannst schauen, was da alles drin ist. Da ist ein Ringers mit drin, da ist natürlich ein Inspirals mit drin, da ist ein Fidenza mit drin. Du hast gesehen, was der wert ist. Da ist ein Unigrids mit drin, eben Synapses, was ich auch habe. Dann hast du Apparitions mit drin, die ich auch habe. Hast du auch ein AlgoBot mit drin, also ganz ein Framenti, ganz viele Sachen. Ein Chromysquiggle natürlich auch, die du jetzt bei mir gesehen hast. Aerial View habe ich auch, die sind noch ziemlich unterbewertet, meiner Meinung nach, die Aerial Views. Und dann kannst du dich eben daran beteiligen, indem du sagst, okay, das ist ein Token, der ABC123 Token und ich kaufe für einen Ether jetzt zum Beispiel, dann würde ich dafür 18,38 Tokens bekommen. Und wenn die mehr wert werden, dann gibt es die Möglichkeit, dass irgendwann mal ein Buyout getriggert wird. Dann findet eine Auktion statt und wenn diese Auktion vorbei ist und ein hoher Preis erzielt wurde, oder der Preis, der erzielt wurde, wird aufgeteilt auf so viele Coins, wie es gibt, nämlich 10.000 und dann auf deinen Anteil 18,38. Das ist so ein kleiner Kniff, um sich an großen Kunstwerken zu beteiligen, für die man allein nicht genug Geld hätte. Jo, wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich wollte dir noch zeigen. Ich habe einen Grundkurs gemacht und der Grundkurs NFT ist in Mike's Money Member drin. Den hast du hier unten. Grundkurs Krypto und NFT sind nur zwei Lektionen Krypto, nur so für den Überblick. Und der Rest ist reines NFT-Grundwissen. Es sind aber noch ganz viele andere Sachen dabei. Ein ETF-Kurs, ein Persönlichkeitsentwicklungskurs, die Fabel Days, zwei Tage geile Redner, ein Lifehack-Kurs, deine erste Goldmünze, ein Geld-Grundlagen-Kurs und Mike's Mindset-Minuten. Also extrem viel drin. 97 Euro Aufnahmegebühr und dann sind es 29,99 Euro im Monat. Kannst du jederzeit mit nur einer E-Mail monatlich kündigen. Aber wenn du NFT-Grundkurs lernen möchtest, dann geh hier rein und hol dir das. Und wenn du tiefer in NFTs einsteigen möchtest, dann können wir gerne telefonieren. Der Link ist hier drunter, wenn du zu mir ins Money Mentoring kommen möchtest. Wir sind eine sehr geile, interessante Gruppe an Menschen, die sich extrem viel mit NFTs, mit DeFi und mit Kryptowährungen, die oft mit NFTs zu tun haben, auseinandersetzen. Und dann kannst du dich gerne bei mir melden und wir schauen mal gemeinsam, ob das was für dich ist. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und die Links sind hier unten drin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Liebe Grüße.